moin leute willkommen zurück zu warframe wir wollen die quest der zweite traum spielen vorher müssten wir ja aber noch mal wieder aufs solo stellen wir auch sicher gehen das war auch wirklich alleine spielen unseren scheiß hat nicht selber nicht hinbekommen so der zweite traum der sentinen hunoff trieb danach die tenor durch das ausnutzen lang vergessener geheimnisse zu spüren zu zerstören okay dann beginnen wir mal so 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 Wenn sie wiederkommen sind, jemand hat ihn gegeben, die Teno-Essenz zu erzählen, die Wahrheit von dir. Ich weiß, dass sie die Teno-Heart schützt. Eine Wurzelnung im Meer, fürbidden zu meinem Kind. Und wo du mich gehst? Ich bin Hoth, der Sentient-Destroyer der Welt. Mit Ihrer Hand eröffnet ihr Herz. Bei meinem Alter. Was Sie von Ihrem Nest haben. mal video ansehen machen dann kommt bestimmt das gleiche noch gut dann werden wir probieren dass das nicht schäden infiltriere die mal wieder auf dem uranus jetzt reicht es ja aber mit dem uranus wer will denn immer auf den uranus so startlos das heißt wieder dass wir wieder was hacken müssen oder was hat kein alarm was von wo und hinten oder ich nicht gesehen Ah super Hä? Ist das hier richtig? So jetzt muss man hier überall aufpassen, weil es hier wieder diese komischen Fliegedrohnen sind. So, haben wir einmal im Kreis gelaufen? Panzerglas. Alter, Wasser draus. Wow, ist mit ihm da verkehrt. Da kommt jetzt so ein Ding. Das ist hier alarmisch. Fuck. So, wie kommen wir da jetzt hin? Hä? Wir müssen doch hoch, oder nicht? Was kommt man da jetzt hoch? Auf was macht er denn hier? Was bringt der hier runter? Das schaffen wir nicht mehr. Hier hätten wir ein Limus. Hätten wir das noch nicht geschafft. Wasser. So, reicht jetzt, wenn wir das andere da noch kaputt machen? Hier hätten wir langgekommen. Wow. Ich sehe, du erinnert. Ich habe sie bereits gefunden. Ich habe sie bereits gefunden. Du wohnst mir ihre Leben. Du bist auf den Sensorien. Du hast jetzt geteilt. Du hast jetzt geteilt. Hä? Ach, wir hätten hier herschwimmen können. Oh, genau hier, wo wir rausgekommen sind, glaube ich, oder? Hier nicht dieser. So, auf jeden Fall hier irgendwo. Hier hätten wir auch reinkommen. So, heißt das, ne, da drüben. Wir hätten hier rechts einfach ins Wasser. Ey, wo waren jetzt unsere Öffnungen? Sollen da oben lang. Aber hier geht es nicht hoch, ne? Sollen wir hier hin? Hier hin? Aha. Aber können wir das denn jetzt trotzdem schaffen? Kann man hier überhaupt hoch? Und wieder runterhüpfen. Genau. Okay, aber wenn wir da durch diese Dinger dann fliegen. Hier ist jetzt das Ding, wo wir drinnen waren. Ist ja blöd. Will ich nur noch die Frage, ob wir das auch... Ob wir das trotzdem schaffen, auch wenn wir nur einen Abruf haben. Machen die hier wieder Alarm. Da war noch Alarm. Wann? So, hier ist jetzt kaputt. So, und jetzt können wir nochmal hacken. Ja. 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 Mann, Mann, Mann. Was ist hier bloß los? Ja, ein Glück. Oh, wäre da dieses olle Rollding nicht gewesen. Hätte ich die jetzt schön von hinten gemessert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, gleich. Oh. So. Jetzt sind wir da. Ja. Verkacke ich doch wieder. Wir sollen keine Alarm machen. So, dass da unten scannen wir jetzt. Wann ist das? Geht nicht. Ich bin ein Punkt. Ah. So. Dürfen wir denn hier lang? Oh. 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 So, wenigstens erstmal was er scannt. Oh, da oben läuft einer. Hä? Warum kann man hier runter? Wenn das hier gar nicht weiter geht? Sehr cool. So, jetzt müssen wir ja da wieder hoch, ne? Also früher das mit den Wall Runs fand ich aber irgendwie geiler. Wirf mal da rein. Da ist eine Mini-Kante und dann kann man da nicht hoch. Ja, wieder runterfallen ist ganz wichtig. Läuf, jetzt ist... Ja und wo war es zum aktivieren? Von hier sind wir doch gekommen oder nicht? Äh... Warum ist hier eine Treppe? So, darum geht es hier wieder ins Wasser. Okay, das war falsch. Aber in einen von den Räumen müssen wir hier bestimmt... Wasser. Okay. Hier geht es wieder hoch. Jetzt ist da auch eine kleine Kante. Äh... Sind wir drin? Hier war auf jeden Fall noch eine Wache, ne? Hä? Da hätten wir hier die Wache umgehen können, okay? Nehmen wir doch einfach die Seite hier. Was ist das hier für ein Blödsinn? Kann man das kaputt schießen? Aber das muss man doch auch deaktivieren können. Die Tür ist zu. Dann muss man das auf jeden Fall irgendwo deaktivieren können. Wollte der gerade Alarm machen, oder? Wo ist hier B? So, jetzt haben wir ja aber nur einen. Das ist das, was ich suche. Ich kann das rest des Messages decoden. Das ist bizarre. Es ist für mich. Ich brauche einen Moment, um diese Person zu kontaktieren. Ich komme zur Extraction. Aber hier ging es doch vorher nicht durch, ne? Ne. Das ist das Gefühl, dass auch eine, einmal Daten reicht. Ja, Baby. Wir sind im Ziel. Knack. Reicht da ein Abruf aus, ja? Aber wie sind wir für die Dinger zu doof? Ja. Das wisst du auch nicht. Okay. Gut. Und wie immer, beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze. Bedanke mich. Tschüss. Ho tapes. Ich bin unvarteniger. Vielen Dank.